Review Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schneider Reviews zu einer brandneuen Transformers Rise of the Beasts Figuren Review. Der Nachzügler ist auch bei mir endlich angekommen. Heute zeige ich euch die Studio Series 100 Bumblebee. Und ich kann euch sagen, das ist eine der entspanntesten Bumblebee Figuren von Transformers, die ich seit ich Transformers Reviews mache, irgendwie in meiner Sammlung habe. Denn der macht mir Spaß und lässt sich auch, ja zumindest für meine Verhältnisse, relativ leicht transformieren. Schaut euch das Ganze mal an. Wir haben hier natürlich wieder die plastikfreie Verpackung von Hasbro. Vorne drauf ein richtig cooles Bild von Bumblebee aus Rise of the Beasts, dem letzten Transformers Film. Gefällt mir schon mal sehr gut. Dann haben wir den Cutout, wo ihr dann schon halt die Figur drin seht. Finde ich auch sehr nice. Das mag ich um einiges lieber, wenn ich ehrlich zu euch bin, als das, was aktuell bei den Marvel Legends ist. Weil hier können wir zumindest ein bisschen auf die Figur gucken und dann auch schauen, ob die einigermaßen vom Paint Shop okay ist. Also ich finde, sowas in der Art müsste man bei Marvel Legends dann auch machen. Ansonsten das Takara Tomi Zeichen, das Transformers Generations Logo und wie immer das Ganze von Hasbro ab 8 Jahren aufwärts. Und auch hier, wie immer, danke an Hasbro, dass ihr mir wieder einen weiteren tollen Bumblebee zugeschickt habt. Auf den Seiten gibt es unter anderem Studio Series typisch natürlich erstmal das Autobots Logo, was hier auch einen kleinen Cutout hat. Und auch nochmal ein, ja ich sag jetzt mal Concept oder ein Artwork von Bumblebee aus dem Film, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch nochmal dann Studio Series 100. Und für alle, die dann nochmal genauer wissen wollen, welche Klasse unser Bumblebee hat, es ist eine Deluxe-Class-Figur. Auf der Rückseite, wie immer, habt ihr natürlich einen kleinen Einblick auf alles, was unser Bumblebee drauf hat. Unter anderem seht ihr da, dass er sich in 23 relativ einfachen Schritten transformieren lässt, was ich sehr nice finde. Dann haben wir auch natürlich noch den Backrock mit dabei, den sogenannten Volcano Showdown, also Showdown beim Vulkan. Und ansonsten steht da wie immer natürlich noch Maßstab, Details und Kulisse, inspiriert durch die Filmszene. Der Backdrop-Showdown beim Vulkan sieht dann so aus, also wie immer, das ist für alle, die jetzt da keine Ahnung von haben, so gesehen aus Pappe gemacht. So ein kleiner Standy-Backdrop halt, wo ihr dann halt die Figur raufstellen sollt, raufstellen könnt. Ich wie immer benutze die nicht, aber zeige euch natürlich immer gerne nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Schaut mal, da seht ihr sogar noch ein paar Reifenspuren irgendwie unten im Staub, im Wüstensand etc. Das finde ich ganz cool. Und hier und da so ein paar kleine, ja, Nava-Flecken etc. Also schon gar nicht schlecht gemacht. Wenn ihr Lust drauf habt, stellt da euren Bumblebee drauf. Das sieht sicherlich auch ganz toll aus. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die guten Bee in seiner Botform an. Sehr cool auf jeden Fall. Aus seiner Verpackung befreit sieht der gute Bumblebee wirklich sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Er ist ungefähr elf bis elf und halb Zentimeter hoch, also typisches Deluxe-Class-Format, halt im Maßstab halt. Das passt schon so, weil Bee ist ja nun nicht gerade der größte Transformer. Von da an würde ich sagen, ist das hier alles mehr als okay. Er sieht wirklich stark aus. Ich habe auch gleich schon mal das Zubehör mit daran gepackt. Denn schaut mal, er hat einmal für die Seite seinen ikonischen Blaster. Den könnt ihr hier ganz simpel dann halt Bee in die Hand drücken. Ich mache den mal ab. Schaut mal, der wird hier einfach nur mit diesem gelben Lupsi, den ihr da seht, in seine Hand reingedrückt. Und dann kann Bee halt hier sich wehren. Das finde ich schon ganz nice. Auf der anderen Seite ist dann seine Klinge. Auch die wird ganz simpel raufgesteckt. Und zwar mit einer kleinen Steckverbindung. Seht ihr das? Hier rein. Also auch ganz simpel gemacht. Das sieht schon mal cool aus. Und ich würde sogar sagen, Leute, lasst das da auf jeden Fall dran, weil ich finde, das sieht nämlich gut aus. Und da hat Bee nämlich auch noch mal so ein bisschen einen kleinen Mehrwert. Das gefällt mir schon soweit. Ansonsten, der Bot-Modus selbst ist wirklich nice gemacht. Ich sehe gerade, hier ist ein bisschen noch was nicht richtig. Denn das muss ein bisschen rumgeklappt werden. Gerade der Kopf. Das ist tatsächlich bei mir persönlich der erste Bumblebee, der aus dem Film kommt, der wirklich mal den normalen Kopf drauf hat. Ich habe ansonsten irgendwie immer die Schutzvisiere. Da seht ihr die schönen, hellblauen Augen durchscheinen. Das finde ich sehr nice. So Bumblebee typisch halt hier oben nochmal diese, ich sage jetzt mal Fühlerchen halt. Weil sie aussehen so ein bisschen wie eine Biene. Das finde ich ganz nice. Es ist das klassische Camaro Design. Das seht ihr an der Front, der dann aber im Film so ein bisschen geländetauglich umgebaut wurde, könnte man sagen. Das würde ja dann gleich in einer Transformation auch sehen. Sieht auf jeden Fall alles sehr nice aus. Schöne silberne Details auf jeden Fall dran. Bies Kopf auch wirklich einwandfrei. Der restliche Körper aber auch schön gemacht in diesem gelb-schwarz Ton. Die Silberapplikationen da dran, die rocken das Ganze nochmal raus. Das finde ich einfach sehr schön. Kleines Problemchen bei B, wie immer bei diesen kleineren Figuren. Sehr, sehr lockere Gelenke, weil wir hier ein Kugelgelenk haben. Dadurch ist das Ganze hier ein bisschen, ja, ihr seht es ja ein bisschen locker halt. Aber keine Sorge, er kann trotz alledem gut stehen. Und das muss nicht bei eurer Figur so sein. Auf der Rückseite, das Backpack, denke ich mal, ist völlig okay. Das ist auch nicht zu ausladend. Ihr seht ja schon, dass hier so ein bisschen was reingeklappt wurde. Das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Ansonsten sieht das Ganze unten dann nochmal so aus. Ist auch hier völlig okay. Auf der Rückseite seht ihr hier noch zwei kleine Nupsis. Da ist es ganz interessant. Ihr könnt hier nämlich zum Beispiel, wenn ihr möchtet, auch die Waffen und alles reinpacken. So, da ist der Blaster. Ihr könnt sehen, hier vorne ist so ein kleiner Schlitz und hier ist dieser Nupsi, der hier so absteht. Und da soll dann halt der Blaster reingedrückt werden. Ja, ist okay. Schaut mal, dann hängt der Blaster halt da hinten so. Also kann man sehen, wie man möchte. Das Gleiche könnt ihr auch auf der Seite, ihr seht, dass da ist der gleiche Nupsi, mit dem Schwert machen. Das soll dann einfach hier rauf gedrückt werden. Kriege ich das einigermaßen hin? Ja, so ungefähr sieht es zumindest in der Anleitung aus. Aber ich muss ganz ehrlich zu euch sagen, ist jetzt nicht allzu schick, weil ihr müsst das Schwert ein bisschen biegen. Und der Nupsi, der ja fest nicht ganz das Schwert. Also, ja, man lasst einfach die Waffen an Bumblebees Armen dran. Ich denke mal, das sieht dann einfach viel, viel cooler aus. Und dann ist die Figur, denke ich mal, mehr als gelungen. Das passt schon. Ich bin froh, dass der Bumblebee immer so ein kleines Zubehör mit dabei hat. Meist ist es ja der Blaster und jetzt noch das kleine Schwert. Finde ich einfach sehr, sehr stark. Ja, ich würde sagen, wir kommen gleich direkt rüber zur Transformation. Ich mache das wie immer so ein bisschen nach meinem Style. Halte mich da nicht zwingend halt an die Anleitungen. Aber ihr seht auch, dass ich zum Ziel kommen werde. Dieser Bumblebee lässt sich halt, wie gesagt, in diesen Gelände Camero verwandeln. Und der sieht schon wirklich sehr, sehr cool aus. Da habe ich gar nicht mal so viel dran auszusetzen. Wo fange ich an? Ich fange am liebsten immer mit den Beinen an. Also die Arme mal kurz ein bisschen nach oben und dann gehen wir mal auf die Rückseite und schauen uns das Ganze hier mal an. Das ist sehr interessant, weil die Beine, die bilden dann das Heck. Ihr könnt nämlich sehen, dass hier die Füße die Rückleuchten schon haben. Und da fangen wir als erstes mal an, hier diese Klappen nach oben zu bringen. Weil das ist, wie gesagt, der ist das Heck. Das müsst ihr einmal auf beiden Seiten hochbringen. Damit habt ihr dann so gesehen, das kleine Dach auf der Rückseite. Ihr seht schon, wo das Ganze hinführen wird. Dann könnt ihr hier die Beine einklappen. Die Füße, ihr seht das ja, die könnt ihr hier reinklappen. Das sind so zwei Hinge Joints, könnte man sagen. Die werden hier reingedrückt, also in dieser Bewegung. Ihr seht das ja, so. Und dann umklappen. Ja, während ihr das umklappt, könnt ihr gleich auch diese Seite hier mit umklappen. Das könnt ihr natürlich auch vorher machen. Und dann bildet sich hier, seht ihr das, diese Rückseite. Das ist recht simpel. Ich mache das immer so, also wundert euch nicht. Ihr könnt natürlich jetzt auch gleich zu Anfang einmal das umklappen. Und dann mit dem Hinge Joint versuchen, das hier reinzudrücken. Geht sogar einfacher, Schnecke. Und dann haben wir es eigentlich schon mit der Rückseite. Jetzt ein kleiner Tipp von mir, zumindest ist es bei meinem Bammel wie so. Ihr seht jetzt, hier sind die ganzen Zapfenverbindungen. Also einmal hier und einmal da. Die lassen sich ein bisschen schwer zusammenpacken. Ich rate euch, zumindest ist es so bei mir eigentlich am einfachsten, dass ihr erst den oberen Part zusammendrückt und dann nach hinten weg den anderen Part zusammendrückt. Das heißt, ein bisschen das Ganze so biegen. Seht ihr? Jetzt bin ich da schon drin. Und dann einfach unten das Ganze zusammenklacken. Und dann ist er hier hinten fertig. Ganz simpel. Wirklich nicht schwer, muss ich sagen. Jo, was mache ich als nächstes? Als nächstes kümmere ich mich um diese Frontpartie. Diese Frontpartie können wir hochbringen. Die lösen wir. Ihr seht das ja, hier vorne am Bauch löst sich das Ganze. So können wir das Ganze hier schon mal lösen. Vorher gehen wir aber noch mal auf die Rückseite, denn hier, das ist zum Beispiel jetzt die Motorhaube, die können wir anheben. Und da kommt dann schon so ein bisschen was zum Vorschein. Hier ist nämlich die Windschutzscheibe. Das klappen wir einmal hoch. Klack. Und dann ist hier noch das kleine Dach drunter. Das klacken wir auch einmal hoch. So, dann sind wir da schon mal aus dem Weg. Und dann könnt ihr den ganzen Kram hier einmal nach oben biegen. Schaut mal. So, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. So verschwindet auch Bee sein Kopf so gesehen in der Motorhaube. Seht ihr das? Weg ist er. Und dann könnt ihr eigentlich ganz entspannt euch erstmal hier um die Seitenteile kümmern. Denn dadurch kriegen wir Stabilität bei Bumblebee rein. Also ihr schließt die Türen. Die Türen werden hier innen drin einfach reingeklackt. Ihr seht das hier auf den Seiten. Hier ist so ein, ja auch wieder so ein Nupsi. Und das Ganze wird dann halt hier in die Seite mit reingepackt. Und hier, die Teile, da hatte ich ja vorhin halt die Waffen halt befestigt. Die kommen hier ins Beinchen rein. Also da gibt es eine ganz einfache Verbindung. So, und dann haben wir die ganze Seite schon zu. Das ist super simpel. Dann, ja, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, ich gehe mal kurz zu den Armen. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Ihr könnt Bumblebee seine Arme jetzt in diesem Gelenk hier nach vorne klacken. Einmal so und einmal so. Dann müsst ihr darauf achten, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig mache, dass zumindest die ganzen gelben Anteile hier nach oben ragen. Weil das ist dann so gesehen der Boden von unserem Camaro. Also, dass das Ganze ungefähr so aussieht. Ihr könnt jetzt, wenn ihr die Arme eingeklappt habt, auch hier an der Seite schon die Reifen einfach einklappen. Einmal rein und hier auch einmal rein. Und dann habt ihr eigentlich hier schon eine relativ gute Verbindung. Ja, ihr seht schon, wir sind schon fast fertig. Jetzt mal eben kurz, nee, ich mache jetzt die Arme. Passt auf, die Arme haben jetzt hier noch diese silbernen Nupsis hier. Seht ihr die? Die müssen da unten rein. Das heißt, ihr könnt die Arme hier reinstecken. Und da wird das Ganze ein bisschen befestigt. Wenn es ein bisschen auseinander geht, nicht wundern. Das passiert bei mir natürlich auch öfters mal. Aber das müsst ihr einfach ein bisschen zusammendrücken und dann passen die Arme hier perfekt rein. Die Arme sind das einzige Negative, wenn ich ehrlich bin, was man so ein bisschen hier dann halt am guten Bumblebe sieht. Weil guck mal, so sieht das Ganze nämlich dann halt von unten aus. Jetzt noch ein kleiner wichtiger Tipp für die Front. Das hatte ich nämlich vorhin auch schon gezeigt. Die Teile hier, wo die Scheinwerfer dran sind. Wenn er im Bot-Modus ist, müssen die so ein bisschen nach links und rechts außen runterkippen. Und nur, wenn die so runtergekippt sind, schafft ihr es halt, die gesamte Front da perfekt rüber zu ziehen. Ihr habt es ja gesehen, auch hier ist so ein Hinge-Joint drin. Ihr seht das ja. Das könnt ihr dann alles hier so ein bisschen bewegen. Ihr bewegt das gute Teil einmal komplett nach vorne. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das hier vorne runter und rein zu drücken. Und dann seht ihr auch, dass die Teile sich automatisch nach oben bewegen. Klack. Schaut mal. Perfekt. Und dann braucht ihr einfach nur noch das Dach hier befestigen. Und dann ist er fertig. Das ist eine ganz simple, einfache Transformation. Also wenn ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, dann geht das schon wirklich sehr, sehr gut. Und die Waffen könnt ihr jetzt natürlich hier auch noch befestigen. Das ist ja auch noch vorgesehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, damit sie natürlich nicht verloren gehen. Und schaut mal. Ich habe tatsächlich auch so gut wie keine fiesen Spaltmaße. Also der Bumblebee, wie gesagt, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was Transformationen und auch teilweise den Look anbelangt. Und da habe ich jetzt echt nichts zu meckern, wenn ich ehrlich bin. Kommen wir noch eben fix zu den Waffen. Einmal gehen wir auf die Unterseite. Da könnt ihr nämlich sehen, dass sich hier noch so ein kleiner Schlitz befindet. Das ist für unser Schwert. Wenn wir das Schwert jetzt mal auf die Oberseite packen, seht ihr auch, da ist ein kleiner Lupsi. Das heißt, das Schwert wird hier ganz simpel einfach unten reingesetzt. Und da ist es eigentlich wirklich relativ fest drin und verschwindet auch so ein bisschen mit dem Unterwohnen. Schaut mal, wenn wir jetzt von hinten gucken, könnt ihr das Schwert einigermaßen erkennen. Das ist dann dieser Part hier. Also ich denke mal schon, das hält einigermaßen. Auf der Rückseite können wir gleich bleiben, denn da kommt jetzt noch der Blaster ran. Das ist so eine Sache. Ob das auf die Dauer hält, weiß ich nicht. Der Blaster selbst wird jetzt hier nur reingeklemmt an die Heckstoßstange. Denn wir haben ja auch hier vorne wieder diesen Schlitz, den ich euch vorhin gezeigt habe. Der ist jetzt automatisch so eine kleine Klemme. Das heißt, das Ding wird jetzt hier einfach festgeklemmt. Wartet mal, unten oben? Ich glaube unten. Das muss ich mal gerade nochmal ausprobieren. Hat vorhin nämlich eigentlich einigermaßen gut geklappt. Da ist nämlich auch eine kleine Öffnung tatsächlich drin. Ja, ich sage mal, ist okay. Finde ich jetzt nicht gut. Meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr locker. Passt da so ein bisschen auf. Aber ihr seht schon, dann ist das Ganze hier hinten fest. Also das Schwert verschwindet einfach perfekt hier am Bumblebee. Das finde ich super. Mit dem Blaster bin ich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich zufrieden. Ansonsten der Camaro aber wirklich sehr nice gemacht. Wir kennen es ja halt aus dem Bumblebee-Film und dann halt auf Rise of the Beasts. Das ist immer noch das klassische Design. Das spielt ja noch alles vor dem allerersten richtigen Transformers-Film mit Michael Bay oder von Michael Bay. Also ist das schon wirklich sehr okay. Das Einzige, wie gesagt, was da noch ein bisschen störend ist, ist, dass wir hier natürlich die Arme sehen. Und die Arme, die schleifen so ein bisschen mit über den Boden. Aber ansonsten ist Bumblebee's Fahrzeugmodus auf jeden Fall super. Und ich kann da eigentlich sonst nichts dran aussetzen. Ich weiß nicht, mir gefällt er. Er ist cool gemacht. Super simple Transformation für mich. Schönes Design. Ich kann jetzt nicht meckern, was irgendwie den Paint Shop anbelangt. Es kommt immer mal vor, wenn ihr Kunststoff bemalt, sagen wir jetzt mal schwarzes Kunststoff oder in dem Fall sind es die Scheiben, die bemalt wurden. Das ist klar Plastik. Dann kann es passieren, dass die Farbe nicht ganz matcht. Ihr seht das ja, das sieht so ein bisschen dunkler aus etc. Aber ansonsten ist an diesem Bumblebee eigentlich alles mehr als schön. Mir gefällt er. Was haltet ihr von dem? Habt ihr ihn euch in die Sammlung geholt? Das ist meiner Ansicht nach eine sehr, sehr schöne kleine Deluxe-Figur. Ein schöner kleiner Transformer für Bumblebee-Fans. Auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich würde sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein für dieses kleine Video. Eure Meinungen, Kommentare wie immer gerne in die Kommentarfunktion rein. Und wenn ihr möchtet, liked das Video, teilt das Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, wie immer im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Bis dennne dann. Und natürlich reingehauen. Bis dennne dann.